14.37 Uhr, dann Florian Graf als 33. im Feld, Michael Roesch Nummer 62, kurz nach 3 und Daniel Graf dann mit der 86 um 15.00 Uhr, 13.00 Uhr. Daniel Graf ja reingerutscht ins Team, überraschend nachnominiert für Michael Greis, Sie haben es gehört, der hier nicht dabei sein kann, zu Hause ist. Ja, 0 Fehler aus Djokov, der bleibt dabei, Emil Hegles-Wensten. Ganz stark, gute Schießleistung, den Sprint in Ove Mesto hat er ja gewonnen, Emil Hegles-Wensten. Und sie klagen, das sagen sie auch selbst, natürlich auf einem sehr hohen Niveau, kommend aus dem Vorjahr, als sie die Überflieger waren im Weltcup. Andertinger und Yevgeny Ustjubov. Garanitschew, ca. 7 Sekunden hinter Svensen. Ja, zügig geschossen, sehr gut, auf Angriff, das ist ja das normale Bild, das wir sehen, immer wieder in den Sprints, da gilt es nur eins, eigentlich Vollgas, sowohl auf der Spur, als auch dann im Schießstand in der Schussfolge. Der Rückstand doch schon jetzt vorhanden, es dürften so 10 bis 15 Sekunden sein. Und der Fehler dieben. Ja, schade, Andreas Birnbacher muss in die Strafrunde. Ja, bei ihm ist es der letzte, die letzte Schuss. Also, so in etwa 22, 23 hat er sich da eingehandelt in der Strafrunde. Uleiner Birn-Dahlen. Ja! 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 Sehr stark, alles getroffen, um die Kurve rum, dann sind es noch gut 20 Meter bis zur Zeitnahme. Zeit von Emil Heckler-Svenzen kann er nicht halten. Setzt sich an die dritte Position vor den Österreicher, vor Dominik Landettinger, sein Rückstand auf den Führenden, 10,8 Sekunden. Simon Schempp, 34,4 Sekunden zurück, Rang 9 im Augenblick. Jetzt ordentlich Betrieb am Schießstand, Arndt Peiffer ist jetzt da. Relativ gute Angangszeit. Ja, sehr gut, zügig durchgeschossen. Alles getroffen, alles getroffen, Arndt Peiffer, klasse Leistung. Und auf die Spur geht Martin Foucault mit der Startnummer 31. Der gejagte Mann, der schnellste der Zeit. Und Arndt Peiffer, 7,2 Sekunden nur hinter Emil Heckler-Svenzen zurück. Das sieht prima aus, klasse. Tahir Bö. Fehler für den jungen Norweger. Ja, bleibt bei dem einen Fehler für Tahir Bö. Also auch er muss in die Strafrunde. Gemeinsam mit Emil Heckler-Svenzen, mittlerweile Besitzer eines Fitness. Könnte nächste Woche in Konzolachti unter die Linie-10-Grad-Grenze sogar noch gehen. Dann muss er aufpassen. Oben jetzt Emil Heckler-Svenzen. Fehler durch den Norweger. Fack bleibt fehlerfrei. Zwei Fehler schon von Svenzen. Also das setzt sich hier ein wenig fort, was wir in den letzten Wochen von ihm gesehen haben. Immer wieder diese Probleme am Schießstand. Ich habe es angedeutet. Unglaublich. Nochmal vier Sekunden schneller als Emil Heckler-Svenzen. Das war die Kampfansage des Franzosen. Karl-Johann Bergmann. Gute Zeit. Und trifft der Schwede. Alle fünf Scheiben abgeräumt. Simon Foucault. Braucht er etwas lange mit seiner Vorbereitung. Hat auch nicht die üblichen Langlauf-Handschuhe an Garanicev. Ja, und hier Garanicev, der Russe. Schauen Sie hin. Zweimal alles getroffen. Sehr starke Zeit. 23,5 Sekunden. Seine Zeit führend vor Emil Heckler-Svenzen. Der ja die zwei Fehler abzuarbeiten hatte in der Strafraum. Saint-Simon Foucault. Fehler, der war rechts gut zu erkennen jetzt bei diesen blanken Scheiben. Die noch voll im Lack stehen. Gleich zwei Fehler. Das wird entsprechend kein Fehler mehr jetzt. Da hat er lange gewartet vor diesem vierten Schuss. Sollte alles abgeräumt, Andreas Birnbacher. Taktisch wieder sehr kluges Schießen. Einen Moment verzögert vor dem vierten Schuss. Alles getroffen. Andreas Birnbacher und hier Ula Einert-Pianda. Fehler. Wir haben parallel Simon Schempf, der schon drei Ziele getroffen hat. Jetzt an den. Ja, ich habe bei Ihnen. Ein Fehler bleibt. Bei Ula Einert-Pianda. Und wieder ist es der letzte. Wie schon im liegenden Anschlag für Simon Schempf. Oh, Martin Foucault. Schauen Sie hin. Zwei Fehler schon. Ganz ungewöhnlich für ihn. Eigentlich ein ganz sicherer Schütze. Und jetzt auch die dritte Scheibe, die stehen bleibt. Das sieht man ganz selten bei ihm. Vielleicht ist er zu schnell angelaufen. Der hat ja alles schon in Grund und Boden gelaufen auf den ersten Metern. Gute Chancen für Arndt Peiffer. Andreas Birnbacher, Fünfter in der Zwischenzeit nach dem Stehenschießen bis hierhin. 41,5 Sekunden zurück. Und die eine noch. Dann ist er im Geschäft. Ja. Ja, ganz stark. Arndt Peiffer. Nervenstark, wie wir ihn kennen. Kommt immer besser in Schwung in Richtung WM. Klasse Leistung, auch von ihm hier. Hat richtig gut getan die letzte Woche, hat er uns erzählt. Diese zwei, drei Tage, da fühlt man sich gleich wieder viel, viel frischer. 3,4 Sekunden sind es auf den Russen. Garanitschew. Alles drin für Arndt Peiffer. Florian Graf. Die mittlere mag nicht fallen. Florian Graf muss in die Strafrunde. Und Tarjei Böe haben wir ganz kurz gesehen hier, Emil Heckel-Svenson. Ja. Auf der letzten Runde. Schauen Sie, 21,6 Sekunden vor Evgeny Ustyugov. Der gibt alles hier. Dann kommt Garanitschew. Der ist schneller unterwegs. Natürlich zwei Strafrunden gespart. 17,8 Sekunden jetzt vor Svenson. Und da haben wir Tarjei Böe. Zwei weitere Fehler. Also es läuft überhaupt nicht weiterhin im Team der Norweger, zumindest was den Schießstand betrifft. Svenson ist ja schnell unterwegs. Aber diese Fehler, die sie nicht abstellen können am Schießstand, die tun richtig weh. Das war in allen Aussagen zu spüren. Michals Lessinger aus Tschechien. Sehr ordentliche Laufzeit. Ja, trifft alles. Slessinger zuletzt ein wenig zurückgefallen im Weltcup. War schon Sechster. Mittlerweile auf dem 14. Rang. Hier zunächst alle Scheiben getroffen. Da unten sausen die Namen durch. Man sieht wieder bei den Herren mittlerweile schon gewohnt, wie eng das alles ist. Spieler aussichtslos in Richtung Podest. Podest, Alexis Bööf. Einer, der auffällig einmal atmet zwischen den Schüssen. Schnell geschossen hat. Alles getroffen. Mut, Risiko also. Belohnbar. Sehr schneller Mann. Der muss nur auch zweimal rüberbringen nach dem Stehenschießen. Ist oft anders das Ergebnis. Benjamin Weger. Auch schnell unterwegs. Leider der Fehler jetzt. Auch er ja mit seiner Wartner. Und Yaskaranitschev, pardon. Ust-Jugov mit dem einen Fehler geht hier zunächst einmal in Führung. Dann kommt Emil Eklis-Wensen, der ihn gleich wieder ablöst. Knappe halbe Minute setzt er sich davor. Und ich denke, das war schon der Ausdruck des Ärgers über die Schießfehler, die wir da bei ihm gesehen haben. Und da kommt jetzt Karanitschev und übernimmt die Führung. Hautnah kann Emil Eklis-Wensen-Wenst-Jugov zweimal kreiseln. Arndt Peiffer. Ah, Verlierer. 6 oder 2 Sekunden. Ja, hat ein wenig verloren. Und da haben wir Arndt Peiffer. Jetzt hat er wieder Gas gegeben. Jetzt da geht es den Gratishaugen. Da, Tybe. 20 Meter etwa noch. Das wird ganz, ganz, ganz knapp für Arndt Peiffer. Na, schafft er es. 0,7 Sekunden sind es am Ende. Heiei, das ist Pech. Schade für Arndt Peiffer. Klasse Rennen. Karanitschev bleibt in Führung. Martin Foucault mit 5 Treffen. Ja, sehr stark. Schlesinger. Ja, und den Letzte, den haut er mächtig daneben. Ach, der Ärger ist. Alexis Boeuf zurück. Jawohl. Siegfried Marseille, der registriert das hier. Zehn Treffer durch den Franzosen. Ganz starke Leistung. Und am Schießstand Lowell Bailey, der US-Amerikaner aus Lake Placid. Sie sehen sehr schnell. Ah, jetzt schießt er den Fehler. Auch er ja mit einer sehr, sehr guten Saison. Ja, sehr gut. Alles getroffen. Ganz stark. Michael Roesch. Zeit nach. Aber dort ist ihm nicht allzu viel gelungen. Franzose Beatrice. Ein Fehler für ihn. Ist er gleich hinter Michael Roesch gestartet. In den Grazwehen. Schauen Sie auch. Mit der zweiten Laufzeit zwar, aber das wird ihn nicht wirklich trösten, denke ich mal. Über dieses Ergebnis. Große Malischko. Planke Scheiben hinterlässt er hier. Ein Rückstand. Christian De Lorenzi. Ein weiterer Athlet, der hier mit null Fehlern zum zweiten Mal aus dem Schießen rausgeht. 25 Sekunden sein Rückstand. Kurz vor Ole Einab. Jetzt muss er aufpassen. Drei Fehler schon. Auch in Richtung Verfolgung übermorgen die besten 60 diese Sprintsqualifizierung. Ja, macht er gut. Macht er prima. Hat er auch gesagt. Auch der mit guten Chancen vorbeizukommen. Wenn ihm jetzt nicht auch ein solches Missgeschick passiert. Ja, sehr gut. Die deutsche Mannschaft mit einem weiteren Nullschützen. Und schauen auf die Schlusstafel. Jevgeni Jaranitschew, also der Russe mit seinem ersten Weltcup-Sieg. Arnd Pfeiffer auf die...